Ah, hier habe ich einen Schalter, ja stimmt. LOL, dann macht ihr das schon wieder. Aber wenn ich den Schalter drücke, dann passiert überhaupt nichts. LOL! Das bist du selber schuld, Peter. Das bist du selber schuld. Du konntest ja nicht bis zur Aufnahme. Jetzt hast du einen epischen Moment verpasst, du bist ein Vollidiot.